Hi, liebe VeniCare-Community. Heute kommt mal eine Solo-VeniCare-Podcast-Episode raus, weil ich einige tolle neue Dinge habe, die ich mit euch teilen möchte, weil es vielleicht den Anschein gemacht hat, eben weil der letzte Podcast ein bisschen her ist, dass es ruhiger geworden ist, aber tatsächlich ist sehr viel im Hintergrund passiert. Und heute ist ein ganz besonderer Anlass, weil VeniCare wird heute zwei Jahre alt Und da dachte ich mir, packe ich mal die letzten Monate, die ich fokussiert an bestimmten To-Dos gearbeitet habe, in einer Solo-Podcast-Episode rein, um euch einmal mitzuteilen, woran ich gearbeitet habe und was ihr in 2022 erwarten könnt. Und ich bin echt mega gespannt, wie das sich alles weiterentwickeln wird. Und zwar habe ich jetzt nochmal Revue passieren lassen, was in den letzten zwei Jahren so jetzt passiert ist. Und mir ist dann halt aufgefallen, dass die VeniCare-Webseite immer mehr zum zentralen Ort wird. Und die habe ich in den letzten Monaten weiter ausgebaut. Dem einen oder anderen ist schon aufgefallen, dass ich das Design geändert habe und ich habe da auch schon viel Feedback und Input bekommen. Das freut mich umso mehr, weil ich jetzt finde, dass die VeniCare-Marke als solches ein Bild bekommen hat, womit ich mich selber identifizieren kann und ihr euch auch, wie ich das mitbekommen habe, eben weil es nämlich jetzt einheitlicher wirkt. Und ich finde, dass es zum Look von VeniCare jetzt schon was ausmacht, eben wie es wirkt. Und dementsprechend habe ich die komplette Webseite einmal angefasst. Ich habe neue Bereiche gemacht, wo es auch Anfängern und Neulingen viel, viel schneller fällt, ein bisschen Fuß zu fassen in dieser ganzen Thematik, was Haarausfall, Geheimradsäcken und das Thema Glatze, Trimmen, Pflegen, Rasieren angeht. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr das nämlich unter veniCare.de startgucken. Und dort habe ich einfach alles mal zusammengefasst, um den Einstieg zu erleichtern. Und ich finde, dass nämlich diese zentrale Anlaufstelle immer weiter ausgebaut werden kann, nämlich auch mit dem Blog, mit dem Podcast und mit dem YouTube-Kanal. Und die findet man direkt auf der Internetseite und die verlinken dann halt zu den einzelnen Sachen raus. Als Beispiel, ich habe mich jetzt sehr stark auf das VeniCare-Blog konzentriert. Ich habe einige neue Storys, die ich mit euch teilen werde, wo zum Beispiel Max, der schon mal hier als Podcast-Gast war im VeniCare-Podcast, über seinen Weg mit Alopecia geredet hat. Und er hat einen immens langen und sehr ausführlichen und sehr persönlichen VeniCare-Story-Artikel geschrieben, den ich jetzt bald veröffentlichen werde, mit Bildern von ihm, mit Anekdoten aus seinem Leben, was er empfunden hat. Und das Coole dabei ist, dass es am Ende nämlich das Video und den Podcast dazu gibt, wo er nochmal mit mir darüber redet, wie er nämlich das alles wahrgenommen hat, aber es ist nochmal ein anderer Touch, wenn man das sich verschriftlich durchliest, die Gedanken von jemandem, der sich dafür Zeit genommen hat. Und das fand ich mega. Und ich habe auch mich mal ein bisschen ausprobiert und Glatzenrasierer getestet, die ich sowieso schon immer bei mir hatte, aber ich da jetzt nicht wirklich ins Detail eingehen konnte. Und beim VeniCare-Blog konnte ich das ein bisschen freier machen als jetzt ein YouTube-Video, weil man dort dann eher auch darauf achtet, dass das alles stimmig ist und in einer gewissen Kürze, sage ich mal. Und beim VeniCare-Blog konnte ich mir halt wirklich Zeit nehmen. Und die Kommentare, die da drauf zurückgekommen sind, innerhalb dieses Blog-Artikels, waren, wie krass ausführlich das alles ist und wie viele Fragen dort auch beantwortet werden können, eben weil man sich dort die Zeit nehmen lassen kann. Und das könnt ihr auch unter veniCare.de slash Blog nachlesen. Das ist jetzt erstmal ein Artikel und mehrere sind schon in der Pipeline, wobei ich da immer ein bisschen gleichzeitig versuche zu arbeiten, was den Blog angeht. Weil ich nämlich auch gemerkt habe, ich kann nicht so viele Sachen auf verschiedenen Disziplinen gleichzeitig machen. Jetzt gerade nehme ich einen Podcast auf inklusive einem Video. Dazu werde ich dann einen Blog-Artikel schreiben. Und die Webseite mit dem Design war nochmal ein ganz anderes To-Do. Und deswegen wurde es ein bisschen fokussierter in den letzten Monaten, eben, dass ich bewusst keine neuen YouTube-Videos hochgeladen habe, keine neuen Podcasts bereits veröffentlicht habe, die aber schon aufgenommen sind, weil ich mich nämlich eben damit Zeit lassen wollte, diesen Blog ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Und ich freue mich da, wenn ihr da einfach euch mal durchklickt. Da sind ziemlich viele Stories schon dazugekommen von Linda mit Alopecia Areata und wie besprochen schon den Max, der da nochmal eine ganz andere Farbe und eine ganz andere Stimme mit reinbringt. Und klickt euch da einfach mal durch. Ich habe da auch ganz unten eine Sektion, wo ihr Kommentare einfügt, platziert. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ich mir dann durchlese und darauf auch eingehe. Und dementsprechend nimmt das dann auch Einfluss auf eben, welchen Blog-Artikel ich dann demnächst aufgreifen kann. Wenn ihr da Fragen habt oder Anregungen, einfach in den Kommentaren schreiben. Und ich lese mir das sehr gerne durch. Wo wir jetzt schon über Feedback sprechen, was mich immens freut, ist, dass in den letzten Jahren sich die VeniCare-Community auf Discord gefunden hat und wir dort immer mehr Leute werden, eben weil wir viele sind. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu dem 100. Mitglied. Und das ist halt so cool, dass sich dort jetzt so ein Kern an Menschen gefunden hat, die nämlich darüber auch erzählen, was die empfunden haben auf ihrem Weg zu oben ohne, eben zu wenig her und wie die damit durchs Leben gehen. Und die ein oder andere Story, wie ich schon angesprochen habe, resultierte dann in einem Podcast, in einem Video oder wie bei Max jetzt, in einem Blog-Artikel. Und dort in der VeniCare-Community ist das nämlich alles erstmal total frei von der Gestaltung her. Jeder kann da seinen Kommentar, sein Feedback abgeben zu egal welchem Thema, weil wir verschiedene Kanäle dazu aufgebaut haben. Und Pascal und der liebe Marcel sind da nämlich auch Moderatoren, die mir dabei aushelfen, eben auch auf die Community eingehen zu können mit deren Wünschen. Und da ist es immer so ein Learning by Doing. Und es freut mich ungemein, dass wir nämlich eine Art und Weise dort leben und auch verschriftlichen im Discord, dass man sich da nämlich komplett losgelöst von allem frei aussprechen kann, weil nämlich die Leute, die dort sind, nämlich ähnliche Beweggründe haben, wieso die jetzt schon eine Glatze tragen, eine Glatze tragen wollen oder sich noch nicht trauen. Und ich freue mich ungemein, dass es nämlich jetzt auch dort eben eine gewisse Expertise angeboten wird, dass man einfach die Leute dort fragen kann, die es nämlich am besten wissen. Und das ist nun mal die VeniCare-Community, weil die sich nämlich zusammengefunden haben und losgelöst von allen anderen Sachen, die wir auch mal besprechen, welches Musikalbum jetzt gerade rausgekommen ist, welchen Film wir geguckt haben, den wir richtig gut oder richtig schlecht fanden, kommt es aber doch am Ende des Tages dabei hinaus, dass man nämlich auch über unbequeme Sachen redet. Aber das ist ja kein Tabu. Und deswegen gibt es die Community, dass man über sowas redet. Deswegen habe ich auch vor zwei Jahren VeniCare gestartet, nämlich mit der Idee, dass Haarausfall und das Thema Glatze kein Tabuthema ist, sondern hätte ich viel früher schon verstanden, dass ich damit viel früher rausgehen kann, eben auch mit meinen Gedanken, mit meinen Sorgen oder an sich mit dem Schritt zur Glatze rausgehen kann, dann wären mir wahrscheinlich einige Nächte erspart geblieben, wo ich mit offenen Augen im Bett lag und wirklich eine Achterbahnfahrt an Gedanken, Sorgen und Ängste im Kopf hatte, die eigentlich hirnrissig waren im Nachhinein, aber durch die ich gehen musste. Und das deckt sich auch mit den Leuten aus der VeniCare Community. Von daher eben, weil wir viele sind und nicht alleine dastehen, ist dieser Ort dafür da, um sich auszutauschen. Wenn ihr dazu Bock habt, würde ich mich freuen, wenn ihr der VeniCare Community beitretet. Ihr findet die ebenfalls unter venicare.de slash community und dafür braucht ihr nur Discord. Ist kostenlos, gibt es auf Android, iOS, auf dem Desktop, wenn ihr Bock habt und einfach einen Account anlegen, der VeniCare Community beitreten und ich freue mich über jedes neue Mitglied. Pascal und Marcel sind auch schon gespannt, was da Neues bei rauskommen wird, über welche Themen wir reden und wie man das alles aufbauen kann. Und lasst uns gemeinsam einfach diese Community aufbauen und mitgestalten, eben weil sie noch total jung ist und noch nichts in Schienen gelaufen ist, weil das alles schön flexibel gehalten wird. Wie auch dieses Video jetzt hier gerade oder den Podcast, den ich aufnehme, weil ich nämlich in den letzten sechs Monaten kontinuierlich an YouTube-Videos gearbeitet habe und ich habe jetzt mittlerweile zum Aufnahme dieses Podcast 230 Videos online, 450 Abonnenten und, ein kleiner Surprise, wir haben die 100.000 Views geknackt. Und wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, Revue passieren lasse, vor zwei Jahren, als ich gestartet bin und ich die ersten zehn Abonnenten hatte auf YouTube, habe ich mir vorgestellt, wie es wäre, wenn eben genau diese ersten zehn VeniCare-Abonnenten in meinem Wohnzimmer wären. Mein Wohnzimmer ist nicht groß, das wäre rappelvoll gewesen. Und sich mit diesen Menschen-Stone auszutauschen, war schon ein wertvoller erster Gewinn für mich, aus dem Grund, weil ich nämlich verstanden habe, dass ich nicht da alleine bin mit dieser Thematik. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es 450 sind, die würden gar nicht in diesem ganzen Haus passen, wo ich momentan wohne und lebe, weil das ist eigentlich einfach too much. Aber umso mehr freut es mich, dass es das über die Jahre halt aufkumuliert hat. Und nicht nur dort, die VeniCare-Podcast, die ich bisher aufnehmen konnte, mit den verschiedensten Gästen aus verschiedensten Lebensabschnitten, wo sie sich gerade befinden, mit verschiedenen Arten, die sie probiert haben, egal ob das die Haartransplantation war, ein Toupet getragen wird, der Streuhaar ausprobiert worden ist, Koffeinshampoo, wo ich selber durchgegangen bin, Arzneistoffe, Haarpigmentierung und letztendlich auch viele, die dann einfach gesagt haben, ich habe glatt gezogen, ich trage jetzt gerne VeniCare. Und das ist halt so ein bunter Mix aus verschiedenen Charakteren, Möglichkeiten, die es nämlich gibt, wie man mit dieser ganzen Thematik, Geheimratsecke und Haarausfall eben klarkommen kann. Das finde ich mega interessant. Und das war es erst mal als groben Überblick, worüber ich mir selber Gedanken gemacht habe in den letzten zwei Jahren und konkret in den letzten drei Monaten nochmal so fokussiert gearbeitet habe. Deswegen freut euch auf noch mehr Inhalt, was Podcast angeht und YouTube-Videos, weil ich da nämlich einige schon vorkonzipiert habe und jetzt im Jahr 2022 in die Produktion davon gehe. Und als kleines Bonus, den ich mir selber als Erfahrung geben wollte, neben den To-Dos, die ich auf meinem Schreibtisch habe, war, dass ich nämlich zwei Interviews zugesagt habe, die reinkamen und die werden jetzt zum Ende des Jahres hin im November, Dezember veröffentlicht. Und ich bin da mega gespannt, wie ihr das aufnehmt, wie das produziert ist und worüber wir da gequatscht haben, weil das nämlich auch eine total neue und coole Erfahrung für mich war, wie auch Anfang des Jahres, als ich in einem Magazin abgedruckt worden bin, ein Fotoshooting wahrnehmen konnte, gefragt worden bin, was eben meine Beweggründe dafür waren, eine Glatze zu rasieren und dann zu sehen, hey, das erreicht Menschen, die ich sonst über diese Kanäle nicht erreicht habe. Und da ist auch das Feedback immens wertvoll gewesen, weil das nämlich nicht aktiv eingefordert worden ist, sondern die Menschen zu mir gekommen sind, weil sie nämlich sowas gesehen, gelesen oder gehört haben. Deswegen freut euch da auf zwei etwas andere Interviews, die ich geführt habe. Und ich bin mega gespannt, was ihr darüber denkt. Und ich werde euch das auf jeden Fall mitteilen, wenn es soweit ist. Und dann auf Instagram ein bisschen spammen und sagen, hey, habt ihr das schon gesehen? Was haltet ihr davon? Weil das nämlich auch eine komplett neue und auch erst fremde Erfahrung für mich war, aber eben total aufschlussreich für diesen Weg, den ich jetzt mit Venicare gegangen bin, die letzten zwei Jahre. Also ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie ich mich auf das neue Jahr, auf ein weiteres Jahr Venicare. Und mal sehen, was sich da noch weiter ergibt. Ich habe da einige Ideen und Konzepte, die ich im Kopf habe. Aber man muss halt gucken, wo man seinen Fokus erstmal hin verlagert. Und ich habe das jetzt die letzten Monate gemacht, eben mit dem Venicare-Blog. Und ich kriege da auch die Resonanz, dass es da nämlich auch weitergehen kann, eben in verschiedenen Formaten. Sei es jetzt dieser Podcast oder das Video. Und für 2022 ist da noch einiges, was man machen kann. Deswegen freut mich das umso mehr, dass ihr ein Teil davon seid, direkt von Beginn. Sehr viele, die dann eben über die Zeit hinweg immer mehr Input geben konnten und sich immer mehr damit identifizieren können, was das nämlich macht, wenn man nämlich auch darüber spricht. Und das freut mich absolut. Und ich hoffe, ihr habt bis hierhin erstmal auch eine gute Zeit gehabt, weil das sind ja immer noch krasse Zeiten, in denen wir uns selber befinden, hier mit Corona. Und bleibt alle einfach gesund. Und ich hoffe irgendwann mal, dass man sich auch live treffen kann. Das ist sowieso ein Traum von mir, dass man nämlich die Leute, die ich bisher auch schließlich online getroffen habe und mit denen einen Podcast oder ein Video aufgenommen habe, die auch mal live zu treffen. Und da habe ich einige Träume, die eventuell dann auch verwirklich werden können, was nicht unbedingt nur in meiner Art und Weise, wie ich da dran gehe, abhängt, sondern eben auch von dem ganzen Thema, wo wir uns halt befinden in der aktuellen schwierigen Zeit, mit Anführungszeichen. Und ich hoffe einfach, dass wir da gemeinsam gut durchkommen und jetzt zum Ende des Jahres hin nochmal alles ein bisschen ruhiger angehen, darüber reflektieren, was so das letzte Jahr passiert ist und wie wir uns selber dazu einordnen. Deswegen habe ich eben auch diese Folge jetzt gerade aufgenommen und nochmal selber innezuhalten. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich erreicht? Und wo möchte ich hin? Nämlich, dass auch mit euch gemeinsam teilen und mit euch diesen Weg gehen, weil ihr den ja bisher mit mir ja auch gegangen seid und ich das immens wertvoll finde, was das nämlich für eine Art Sparring zwischen uns ist, weil ich das nämlich total wertvoll finde, eben das nicht abhängig von meinem Weg zu machen, weil mein Weg gleicht ja nicht dem Weg von X und Y, sondern das bereichert sich ja alles ziemlich stark und dadurch wächst man selber. Ich freue mich und bleibt gesund. Bis dahin.